Ja, liebe Freunde des SV Darmstadt 98, hier stehen wir wieder. Es ist heute der Trainingsauftakt gewesen in der Zweitligasaison für den SV Darmstadt 98. Der SV Darmstadt 98 die erste Mannschaft, die hier tatsächlich in diese Vorbereitung startet in der zweiten Liga. Als könnten sie es nicht erwarten oder beziehungsweise als wollten sie die vergangene Saison dann zum größten Teil zumindest ein bisschen vergessen machen. Am Ende war es super, Trainer Dirk Schuster hat eben gesagt, genau so kann es weitergehen. Jedes Spiel drei Punkte, das wird er sofort mitnehmen. Er weiß aber selber, so wird es nicht kommen. Es wird eine lange Vorbereitung werden, denn das erste Spielwochenende ist erst das letzte Juli-Wochenende. Es sind also schon noch ein paar Wochen hin. Dazwischen ist noch ein Trainingslager anvisiert. Im Schwarzwald wird es gehen vom 8. bis 15. Juli. Ja, alles mit einem Ziel, eine etwas sorgenfreier Saison zu spielen als in der letzten Saison. Das hat Trainer Dirk Schuster eben auch nochmal gesagt. Das ist das große Ziel. Da reden wir gar nicht über Aufstieg, Abstieg. Einfach sorgenfrei zu spielen. Das haben sich viele Lilienfans im letzten Jahr schon gewünscht. Es kam anders, wie wir wissen. Und bis zum Schluss wurde hier gezittert und gebangt. Trainer Dirk Schuster und seine Mann haben es dann letztlich gerichtet. 1-0 gegen Erzgebirge Aue. Von Erzgebirge Aue ist Sebastian Hertner gekommen, war heute schon im Training dabei. Ja, hat er doch hier schon mittrainiert. Gefehlt haben Romuald Lacassette, Julian von Hake und Arthur Sobig. Die sind in Gesprächen mit anderen Vereinen. Sind im Prinzip vom Verein im Moment freigestellt. Können das machen. Trainer Dirk Schuster hat auch eben nochmal gesagt, er hofft, dass sie da auch eine Lösung finden. Ja, wenn nicht, haben sie Vertrag und bleiben dann hier. Das wäre dann einfach so. Wer auf jeden Fall noch Vertrag hat, ist Jorwin Jones. Der war heute Morgen heute auch nicht im Training. Aber das hatte private Gründe. Ja, wahrscheinlich ist er noch irgendwo in der Karibik. Wird aber auf jeden Fall wieder auftauchen. Ja, aber ansonsten, was können wir sagen? Die Mannschaft war gut drauf heute. Hat 70 Minuten hier wirklich durchtrainiert. 80 waren es vielleicht sogar ein bisschen lockerer Aufgalopp, sagte Trainer Dirk Schuster nochmal. Morgen ist ein Laktattest am Bürgerpark. Und ab dann wird jeden Tag hier trainiert. Nächste Woche Donnerstag ist dann das erste Testspiel um 18.30 Uhr bei der SGG Stockstadt am Kühlkopf. Da wird man vielleicht schon so erste Erkenntnisse bekommen. Neuzugänge waren bis auf Sebastian Hertner heute noch keiner dabei. Weitere Abgänge gibt es aktuell auch nicht zu vermelden. Da können wir Journalisten auch fragen, was wir wollen. Zur Person mochte Trainer Dirk Schuster jetzt gar nicht so viel sagen. Er freut sich eher mal drüber, die Mann wieder zusammen zu haben. Wie gesagt, als erster Zweitligist wieder ins Training gestartet. Knapp 300 Leute waren doch hier gewesen, haben sich das angeschaut. Gute Stimmung. Ab und zu war auch die Sonne mal da. Insofern war alles gut und die Jungs haben einfach einen guten Eindruck gemacht. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt geht wirklich die Vorbereitung auf diese Zweitligasaison los mit dem Pokalspiel in Magdeburg am dritten, beziehungsweise Anfang August ist das dann auch ein richtiger Hammergleich. Und ja, Köln dabei, Hamburg dabei, Union Berlin dabei, hat Trainer Dirk Schuster eben gesagt. Alles Riesenkaliber in dieser Liga. Da muss man sehen, wo sich die 98er einfinden werden. Wir sind alle sehr gespannt und gucken mal. Wie gesagt, größere Erkenntnisse gab's heute noch nicht. Waren lockerer aufgeloppt. Jetzt geht die Arbeit richtig los. Trainer Dirk Schuster wird schon wissen, was er tut. Da sind wir ganz sicher. Und wir freuen uns und halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.